Hallo, da sind wir wieder. Und zwar bauen wir heute nicht unser großes Zelt auf, sondern zwei Decathlon-Zelte und zwar abgenutzt. Einmal für drei Personen und einmal abgenutzt zwei für zwei Personen. Das Drei-Personen-Zelt benutzen Emma und ich immer. Das passt für uns perfekt mit der großen Luftmatratze und das Zwei-Personen-Zelt benutzt der André. Er passt mit dem Bollerwagen zusammen in dieses Zelt. Das war das Muss, das war die Vorgabe, aber irgendwie so baue ich jetzt kein Zelt auf. Besser. Na ja. Besser. Darüber lässt sich jetzt schreiten. Ich sag mal, angemessener. Obwohl. Meine Schuhe. Moment. Perfekt. Ja, jetzt fehlen mir noch die Zelte. Kriegen wir auch hin. So, hier sind auch die Zelte und zwar sind die vom Decathlon, das sind die Fresh-and-Lick-Zelte. Wie gesagt, einmal für zwei Personen, einmal für drei Personen. Hier das ist für zwei Personen. Das ist 1,20 m x 2 m. Das sind die offiziellen Maße. Und hier ist es 2 m x 1,90 m Liegefläche. Ah, ich glaub, einmal so mein Luftmatratze ist ein bisschen breiter. Wir werden es gleich sehen. Wir werden gleich aber auch noch die Zelte ausmissen. So, und jetzt zeigen wir euch, wie schnell man diese Zelte aufbauen kann. Da waren wir nämlich ziemlich begeistert. Fertig. Nicht, so schnell geht das jetzt doch nicht. Jetzt kommt das eigentliche Aufbau-Video. Wir wünschen euch viel Spaß. Und nein, ihr müsst jetzt nicht denken, boah, was das andere für ein Macho lässt, die alleine das Zelt aufbauen. Ich möchte euch zeigen, wie einfach diese Zelte allein aufgebaut gehen. Unter anderem auch ist das immer für mich ein Kaufargument. Daher, dass ich auch viel mit Emma alleine unterwegs bin. Ich muss diese Zelte alleine aufbauen können. Das Zelt kann für diesen Blödenknoten nichts. Und zwar hier drin sind einmal die Feldstangen. Heringe. Ach, nach dem letzten Zelten hat André die mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, warum ist diese Tasche so ordentlich? Ich dachte erst mal, das ist André's Zelt. Ne, das war unser Zelt. Aber André hatte es zum Trocknen mitgenommen. Das war im Oktober bei unserer großen Wandertour. Darüber wird es auch mal irgendwann ein Video geben. Die war nämlich sehr interessant. Wir sind etwas über 70 Kilometer, glaube ich. Wir sind in vier Tagen gewandert. Emma ist über die Hälfte alleine gewandert. Sehr interessant. Und André hatte die Sachen dann hier eingebracht. Man merkt, dass ich es nicht war. Oje, das ist zu gebunden. Hier ist das Außenzelt. Und hier ist das Innenzelt. Und das hat dieses Fresh and Black. Oder? Ne, das Innenzelt. Das Außenzelt hat, glaube ich, dieses Fresh and Black. Entschuldigung. Wie, das geht! Wie, das ist und das hier ist auch sehr. Wie kann ich dasen? Wie kann ich dasen? Wissen? Das Schöne ist bei diesen neueren Zelten, also neuer, früher gab es das noch nicht. Wir haben alle hier unten diese Stifte, da kann man nämlich jetzt erstmal alles reinstecken und es hält. Die Stifte ist eine große Stifte. Z steht quasi schon fast, wie ihr seht. Also, es ist wohl so, black ist das Innenzelt und fresh das Außenzelt, weil das Außenzelt hell ist. So, dann holen wir noch grad die Heeren rein. André hat eben gesagt, mich selbst verletzen. So, dann holen wir noch ein bisschen, wie es kracht ist. So, dann holen wir noch ein bisschen. Vielen Dank. Musik Leck steht und fresh kommt. Hier seht ihr, hier ist noch eine Silberfolie. Ich glaube, das hier ist auch mit so einem Effekt, der dazukommt. Das Feld hat jetzt vorne und hinten Eingang. Je nachdem, wer vorne reinkommt, da kann man hinten schnell raus. Andere drin ist. So. Jetzt einfach hier rein. Und dann haben wir hier vorne noch eine Schlaufe für den Hering. Mal überlegen, ob ich die reinhaue. Ich mach einfach die Seiten fest. Emma sehe ich übrigens von hier, die ist bei den Zeltnachbarn. Oder beziehungsweise die Nachbarn haben wohl ein Mobil. Und die hatten sich dann einen Liegestuhl hingestellt. Und Emma kümmert sich um ihr Stickerbuch. So. 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 Da vorne auch nur gerade festlegen, das funktioniert. Dann, ich muss mal gucken, gab es keine Schnüre? Sturmseile? Doch, wir hatten Sturmseile. Vielleicht bei der Wanderung irgendwie. Ich hab grad festgestellt, die Sturmseile sind anscheinend zu Hause. Die hatten nämlich bei der ersten Wanderung mich befestigt und auf Seite gelegt. Sehr gut auf Seite gelegt, muss ich dazu sagen. Ich glaube aber Andres Zelt hat Sturmseile. Dann werden wir sie an dem Zelt befestigen. Also wir haben noch vier Heringe übrig, genau für vier Sturmseile. Hier seht ihr, hier kommt ein Sturmseil hin. Und dann jedes Mal versetzt, also wenn man davor steht, jetzt auf der rechten Seite, hier auch wieder, kommt ein Sturmseil hin. Damit das einfach nochmal ein bisschen besser hält. Wir brauchen es jetzt ehrlich gesagt heute auch nicht. So. So. Ah. Sturmseile. So. Das ist das kleinere Zelt von beiden, das ist das Zwei-Personen-Zelt. Ach, stopp. So. Mein Fatz ist schöner zusammengefäumt. So. Übrigens hier, falls ihr euch fragt, womit ich eben gehauen habe, hat der Andri seine Piscast-Achse X7 steht da drauf. Die verlinkt ihr euch auch mal. Eingepackt. Die haben wir auch eigentlich immer dabei. Bei größeren Wanderhogen haben wir die dabei. Wir haben die jetzt eben, benutzen wir das Hinterteil der Axt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Als Hammer. Ah, den Hinterteil vom Axt-Kopf. Oder der Axt-Kopf. Ähm, benutzen wir als Hammer. Und hier das Ding. Sehr scharf hat der Andri mich vorgewarnt. Klinge. Ähm. Da macht der Andri auch schon mal ganz kleines Holz mit. Wir probieren jetzt auch noch etwas aus heute Abend. Da gibt es nämlich dann auch noch passend ein Video zu. Und da wird Andri diese Axt auch noch für gebrauchen. Die zweite Legung. Nächstes Zelt. Ich fang wirklich immer eigentlich hier mit den... Ich hab den Namen vergessen gerade. ...den Zeltstäben an. Weil ich finde, das ist einfach... Ist der Anfang gemacht und man kann sie sich gleich einfach nur greifen. Übrigens, ich bin... Ich gehöre zu den verfeilten Leuten. Ich hab immer eine große Liste, was du alles mit musst. Diese große Liste... ...hab ich irgendwo. Dann... ...verlege ich die. Und dann denke ich, ich komme irgendwie klar. Ja, ich komme so gut klar. Ich habe leider jegliche Oberteile von mir vergessen. Ich habe immer noch eine Jogginghose dabei. Und das auch, aber irgendwie keine Oberteile. Deshalb glaube ich hier auch gerade eigentlich nur in diesem Unterziehshirt rum. Das tut mir leid. Es gibt glaube ich schon noch. So. So im Vergleich. Das ist jetzt das kleine Zelt. Und es ist nicht so, als hätten wir nur diese zwei Zelte oder noch die zwei und das große Grüne, welches ihr schon mal in einem Video gesehen habt. Was wir übrigens auch nochmal mit euch zusammen aufbauen werden. Also, wir haben noch mehr Zelte. Das heißt, wir werden mal verschiedene Zelte ausprobieren. Ein Kaufargument für diese Zelte war, die haben ein relativ kleines Packmaß. Ihr habt ja eben gesehen, wie groß die nur sind. Der André wird euch jetzt auch mal hier über die Zelte einfach eintragen, wie schwer die sind. Die sind leicht und vom Packmaß wirklich gut, sodass wir sie für die Wanderung gekauft haben. Wir haben vier Tage mit Zelten im Rucksack wandern müssen. Und noch ein Kaufargument war der Preis. Den wird der André euch jetzt hier auch noch reinsetzen. Also da ist schon alleine vom Preis her und vom Gewicht her sehr empfehlenswert. Trotz werden wir euch dieses Aufbau-Video auch gar nicht machen. Wir machen nämlich nur dazu Videos und empfehlen auch nur das, was wir wirklich, wirklich gut finden. Also wenn ich jetzt gerade mal so dein Zelt hier sehe. Letztes Jahr hat der André und Sight aufgebaut und ich habe meins aufgebaut. Jetzt bin ich froh, dass ich mir immer das große Zelt habe. Und ich mache das mal anders. Obwohl das eigentlich genau gleich hinaus kommt. Aber ist egal. So, einmal. So viel. So, so machen wir das mal, wenn wir mal versuchen auch mal. So Leute, ihnenisierung distancing is important. So gehen wir mal so drauf was hier. So können wir beim Nachbremsen verteilen. So werden wir uns hier aufhelfen und nein nochmal raus. So können wir. So können wir mir zur Fl diagrams machen. So können wir das komplett gut machen. So transparence wollen. So können wir und ja auch da sind da mal wegshause und wir mitątplAKE, So, Andres Zelt ist jetzt auch fertig, wenn Andres reicht das. Nein, also ihr seht, gleiches System und einiges kleiner. Ich bin froh, dass ich mit Emma da schlafe, aber vom System her, super einfach und es geht wirklich super schnell. Wir hatten das auch letztes Jahr, wir waren so ziemlich gleichzeitig fertig beim Aufbau. Andres nickt immer einfach nur. Wir waren auch letztes Jahr gleichzeitig fertig, weil wir eben auch die gleichen Schritte hatten. Es war einmal ein paar Zentimeter mehr, aber beim Aufbauen ist es der gleiche Schritt. Und es hat wirklich super funktioniert. Also, ich rede ja jetzt auch ziemlich viel beim Aufbauen. Da waren wir auch wirklich konzentriert und hatten einfach schnell aufgebaut nach einer echt langen Wanderung. So, jetzt auch wieder bei dem anderen Zelt. Und also, je nachdem wer reinkommt, kann man hinten wieder raus, ganz schnell. Jetzt werde ich mal direkt richtig ziehen und unten einhaken. Eben habe ich es versucht richtig zu ziehen und dann unten eingehakt. Jetzt kommt's von oben. So, jetzt kommt's. So. So. Den Herring hätt ich ein bisschen versetzen müssen. So, jetzt kommt's mir auf die andere Seite. Funktioniert. Also, hält auch so schon. Ich werde jetzt die Meeringe reinschlagen. Und hier sind die Sturmseitbefestigungen direkt hier auf der Ecke. Also, ich müsste jetzt hier mal ein bisschen Richtung ziehen, so, damit sie nicht drauf fliegt. Aber hier können wir jetzt mal sehen, hier ist die Seite und das ist quasi in der Seite vernäht, so dass man vorne zeigt. Hier, Spiegelverkehrt, genau das Gleiche. Ich werde jetzt einfach die Meeringe reinschlagen. Und möchtest du deine Sturmseile befestigt haben? Nö. Sturmseile lassen wir mal. Zumal, die sind auch letztlich so wichtig, dass jeder ein Zelt aufbaut wird. Die Sturmseile, die erweiten, die befestigt werden. Sturmseile haben einen ganz guten Eindruck gemacht. Das sind eben Sturmseile. Das geht ja um das Zeltantrieb auch. Da oben. Ah, da hast du vorne keine Gefestigung. Deshalb sind die Sturmseile wahrscheinlich auch vorne und nicht auf den Ecken. Das ist vorne diesen schwarzen Ring nicht. Noch ein Grund, warum eine Person bei uns aufbaut. Man merkt direkt beim Aufbauen die Unterschiede. Also, hier vorne fehlt im Anrieb der schwarze Ring. Hier seht ihr, ist gar nichts da. Das Zelt hat den schwarzen Ring. Also, es gibt ein paar Unterschiede, aber nur so minimale Sturmseile. Hier halten wir das Seil, hier an den Ecken. Und zwar jeweils... Nein! Tun sie gar nicht. Okay. Ich habe mich vertan. Hier die Sturmseile werden genauso wie da befestigt. Aber ich habe das Ding so ein bisschen tief aufgefogen. Wird aber gleich noch ein bisschen nachgezogen werden. Einziger Unterschied ist, die Befestigung vorne fehlt noch am Antrieb. Genauso hinten. Aber, ähm, ja. Die Zelte sind jetzt ganz schön schnell aufgebaut. Und, äh, ja. Darin schlafen kann man auch super. Darauf kommt es, finde ich, an. Wir erzählen euch aber morgen nochmal, wie die Nacht, denke ich, war. Übrigens, diese Heringe, also ich bin schon alles Mögliche an Herren gewohnt. Man haut mit dem Hammer drauf, die gehen kaputt. Die verbiegen. Beim Rausholen verbiegen die zum Teil. Diese Heringe sind super dick und, also, die haben eine super Qualität. Ich habe jetzt hier eben eine Axt, also hinten mit dem Kopf der Axt. Heißt das Kopf? Ja, André nickt. Wir müssen, also wir, wir haben schon gesagt, wir filmen demnächst mal einen André hinter der Kamera. Super. Ähm, also ich habe jetzt hier auch drauf gehauen. Wir haben die auch schon rausgezogen, alles. Da passiert gar nichts mit. Also es gibt auch Heringe, die kann man einfach so verbiegen. Hier passiert nichts. Die Heringe alleine sind schon super. Schon alleine für diese Heringe lohnt sich dieses Set. Und nein, wir haben keine Kooperation mit Decathlon. So. Die Hälte sind aufgebaut, ein bisschen schief. Es tut mir leid. Ähm, ja, es ging zügig. Die Zelte sind super toll. Äh, wie gesagt, äh, vom Gewicht her, vom Preis her, vom Packmaß her, vom Aufbau her. Ähm, die sind angenehm dunkel. Mal gucken, diese Nacht verbringen wir die erste Nacht in den Zelten, wo wir nicht K.O. sind. Von einer, wie viel Kilometer waren das? 15, 16 Kilometer Tour. Inklusive, äh, ja, über 20 Kilo auf dem Rücken und Bollerwagen mit Kind. Ähm, hier seht ihr das kleine Zwei-Personen-Zelt. A-Pin-Naps 2. Das ist übrigens A-Pin-Naps 3. Äh, ist niedriger. Das ist höher, also das ist höher. Und es kommt hier fast so vor. Ihr werdet jetzt sagen, von eurem Blickwinkel, nein, definitiv nicht. Also von hier sieht das hier doppelt so groß eigentlich aus wie das hier. Ähm, ja. Daumen hoch für diese Zelte. Wir werden mal gucken, ob wir demnächst, äh, nochmal Zelte bekommen. Beziehungsweise die, die wir haben, werden wir definitiv noch aufbauen. Mal gucken, was wir noch so an Zelten bekommen, die wir für euch aufbauen. Einfach nur, auch als Informationsvideo, wer auch immer Zelten möchte, auf ein Festival fahren möchte. Oder einfach nur ein bisschen wandern, reisen möchte. Und dazu ein Zelt braucht, um einfach eine Übernachtungsmöglichkeit zu haben. Ähm, wir empfehlen euch nur die Sachen, von denen wir 100% überzeugt sind. Wenn ihr mehr Zelttestvideos haben wollt, kommentiert das mal bitte unten bei uns in den Kommentaren. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch keine Videos und auch keine Zeltaufbauvideos. Außerdem haben wir noch ganz viele andere Sachen. Auch rund ums Wandern, ums Zelten, vor allem mit Kind. Und, äh, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Liebe Grüße aus dem Esterwald. Bis zum nächsten Mal. So, ähm, ich wollte euch noch gerade was zu den Zelten erzählen. Wir haben ja diese Nacht im Zelt geschlafen. Wir hatten, also Emma und ich, wir hatten durchgehend vorne das Überzelt auf. Und hatten nur das Innenzelt zugezogen. Ich muss sagen, es war trotzdem angenehm dunkel. Heute Morgen ist mir aufgefallen, auch gestern Abend. Und ich konnte, also A, durch das Mückengitter oben im Innenzelt, könnte ich einen Sternenhimmel sehen. Das war richtig schön. Und, ähm, das Überzelt ist das, was eigentlich richtig abdunkelt. Weil ich hatte mich heute Morgen, äh, ja, war das Zelt etwas heller, weil ich eben vorne alles auf hatte. Aber es ging wirklich gut. Also es war angenehm hell, sage ich jetzt mal. Es war nicht so, dass die Sonne da rein schien. Klare Kaufempfehlung, würde ich sagen. Also wir sind sehr zufrieden mit den Zelten. Und, äh, André hat, glaube ich, auch ganz gut geschlafen. André nickt. André hat gut geschlafen. Ähm, ja. Äh, wir haben eben gefrühstückt und ich werde jetzt duschen gehen. Bis zum nächsten Mal.